So, herzlich willkommen zurück zu Tesla Grad. Wollen wir mal gucken, wo es uns dieses Mal hin verschlägt. Also, hier können wir ja nur ganz normal weiterlaufen. Blume, 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 was machst du mit mir? Nix. Okay, hier komme ich nicht hoch. Da ist auch wieder so ein blaues Teil. Hier ist eine Statue. Und dann ist Schluss. Ich kann nicht lesen, was da drauf steht. Jedenfalls wird da irgendjemand von bösen Wächtern bewacht. Und der König heult. Und der Zauberer heult auch. Alle heulen. Okay. So, also, ich muss da hoch. Ich habe eine blaue Blume. Das heißt, ich mache das hier blau. Und versuche da hinzukommen, solange ich hier noch leuchte, oder? Okay, knapp. Das geht aber. Bestimmt geht's. Also, nochmal. Boah. Okay, also. Es geht. Gerade so. Sehr gut. So, hier ist wieder blau, aber ich glaube, da hinten war eine blaue Blume, oder? Genau, genau dasselbe. Genau, dasselbe. Ähm. Okay. Ähm. Okay. Ja, der Rabe. Das ist aber nichts, was mich hier interessiert im Moment. Wie komme ich denn hier weiter? Da ist eine Kiste. Kann ich die eigentlich auch verblätten? Nee, ne? Ne. Ähm. Komme ich hier drauf? Ah ja. Okay. So, was wird denn hier erzählt? Die saufen doch. Ähm. Die machen ein Festgelag. Nein, keine Ahnung, was die machen. Verstehe ich nicht. Der eine ist traurig und der andere glücklich. Worüber? Die haben da irgendeinen Zaubertrank, so wie es aussieht. Naja. Kann ich hier weiter und falle ich bestimmt runter. Ich kenne mich doch. Äh. Super. Okay. Das können wir aber nochmal. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Sorry, ich war neugierig. Ja, das wird nicht reichen. Gut. Komme ich hier oben dran? Ja. Ja, komm ich. Da oben ist noch was. Ja, da ist noch eine Ebene. Äh. Rote Blume. Rote Blume? Warum denn rote Blume? Blaue Blume. Und was zum Klettern? Na, dann gucken wir mal. Okay, es geht ganz schön hoch. Hallo? Ja, dann geht's halt hoch. Hoch, 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 hoch. Hm. Ja, es geht halt hoch. Ähm. 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 Ja, wunderschön. Äh. Da kann ich nicht hinspringen. Es gibt ja keinen Fallschaden, oder? Also da oben ist jedenfalls noch ne Schriftrolle, falls wir da irgendwann mal von links kommen. Ibi. 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 So, wo bin ich gelandet? Keine Ahnung, wo ich bin. Hehehe. Sehr fett. Mal nach unten gucken. Da ist wieder ein Baum. Wo bin ich denn hier? Ach hier, jetzt bin ich über der Zeichnung. Genau da, wo ich hin wollte. Sehr gut. Ähm. Ja, ich weiß, da geht's weiter. Geht's da weiter? Ja, wahrscheinlich geht's da weiter, aber ich wollte eigentlich erst nochmal hier erkunden. Also ich war ja einen drunter. Genau hier. Hier war die rote und die blaue Blume. Da bin ich gestartet. Okay. Rot macht mir gar nichts, außer dass es mich anzieht. So, so komme ich auch da hoch. Okay. Aber da war ich ja schon. Dann gucken wir mal hier weiter. Ah, nein. Oh. 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 Und der ist noch nicht mal blau mehr. Ach. Geh doch nach Hause, ey. Ja, dann das Ganze eben nochmal. Ähm. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Zumindest vorerst. So. So. Na. Na. So. Und jetzt. Einfach so springen. Nee, man muss weiter hinten anfangen. Ach, ist das blöd. Tut mir leid, dass es jetzt nicht so spannend ist, aber es muss ja da weiter gehen. Tja, das ist jetzt ja mal ziemlich ätzend, wenn ich da immer wieder sterbe. Aber nicht zu ändern. So, das Ganze mal im Schnelldurchgang hier. So. Ah ja, da könnte ich mich auch nochmal weiter nach oben transportieren lassen. Nützt mir aber auch nichts. So. Und jetzt war ja die Idee, vielleicht schon mal von hier loszuspringen. Ach, hu, klare so. Tatsächlich geschafft. So, wo führt es mich hin? Da ist ein Gärtner. Immer mehr der Dichter damit sagen will. Gut. Was sagt uns denn hier das Wandbild? Schön gemalt. Der kriegt einfach schönes Zeug von einem komischen Vogel. Na dann. So, hier ist blau. Das heißt, ich komme hier hoch. Aber warum? Und wogegen? Ah, uh. Deshalb vielleicht. Hehe. Hm. Da fand ich gar nicht so schlecht den Plan, den ich jetzt hatte. Also, nochmal. Okay. 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 Es muss schnell gehen anscheinend. Es muss noch viel besser gehen. Ähm. Aber wie? Aber wie? Hm. So. So. So, gehe ich jetzt unten oder oben lang? Ich gehe hier lang. So. Die feiern schon wieder. Und der ist schon wieder traurig. Das habe ich eben schon gesehen. Ach, und hier geht es gar nicht weiter. Ach, doch. Doch, wäre es. Ach, hey. Okay. So, also noch ein Versuch. So, wo bin ich hier? Das war die untere Ebene. Da ist auch nichts anderes, außer dass die Äpfel ernten. Okay. Dann ab nach oben, bitte. Also, hier komme ich nicht weiter. Ach, und hier komme ich jetzt nicht weiter, wenn ich nicht ganz nach oben komme, oder? Hm. Blöd. Weil, also hier unten erwischt es mich jetzt ja wieder. Und hier kann ich mich nicht dran auslassen. Okay, also ich muss das in einen Zug schaffen, so wie es aussieht. Das wird schwer. Zumindest mal für mich. Okay. Tja, und jetzt? Jetzt muss ich noch ganz da hoch. Das gibt es doch gar nicht. Sollen das gehen? Kriege ich hier genug? Kriege ich vielleicht hier genug? Ja, kriege ich. Okay. Wenn ich es einigermaßen koordiniert kriege, könnte ich das kriegen. Knapp. Oh. Also, ich denke, dass es in zwei Etagen geht. Eine, also mit einer von der hier unten schaffe ich es nicht direkt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 man tut sich nicht so leicht. So, also mehr geht ja auf keinen Fall. Das heißt, ich muss mir das hier noch holen. Hm, so schon mal nicht. So auch nicht und so schon mal gar nicht. Ach, Mann, oh. Ja, sehr schön. Sehr schön. Das war super. Das war elegant. Zweimal hintereinander denselben Fehler. So. Lass mich durch, ich bin Arzt. Nein, 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 nein. Hm. Das gibt's doch nicht. Ah, immerhin nicht gestorben. Okay, jetzt guck ich aber auch noch hier, was es hier gibt. Jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite von der Botanik. Egal, ich guck mal weiter. Hier kann ich langlaufen, kann ich hier langlaufen, ich kann hier langlaufen und dann kann ich nicht mehr weiterlaufen. Hier ist Schluss, oder? Sieht nicht so aus, als käme ich hier durch. Okay. Wozu dann hier das Blaue ist, versteht da auch kein Mensch, oder? Ach, hey. Ich das da schon sehe. Also, schnell weg. Okay, dann gucken wir mal, was es hier so Neues gibt. Mhm. Na ja. So, hier komme ich nicht hoch. Okay. Also, hier komme ich ja schon mal nicht weiter. Doch, hier. Da kann ich nicht dran springen. Es ist sonst nichts, was ich blau machen könnte. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier hingehe? Ach so. Brauche ich noch nicht mal springen. Hm. So, und hier ist Schluss. Hier habe ich nichts Blaues. Habe ich denn irgendwas übersehen? Ich müsste da hoch, ne? Also, wenn ich das richtig sehe... und der hier nicht da und abrutschen würde, geht es da oben weiter. Aber ich komme doch mit nichts Blauem dahin. Ähm. Was habe ich übersehen? So, hier ist doch auch nichts, oder? Oder kann ich hier rechts drauf? Aha. Ah, 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 ah. Cool. So, jetzt bin ich eine Etage höher. Wie komme ich da unten an die Schriftrolle? Keiner weiß es. Ich dachte, ich gehe jetzt hier rechts weiter. Komme ich auch nicht. Stopp. So, aber hier kann ich klettern. Na ja, dann... setzen wir unsere Expedition halt da fort. Man kann schlecht erkennen, ne? Wo man lang darf und wo nicht. Ich würde jetzt auch sagen, ich kann hier oben links weiter. Ah, ja, aber nicht. Kann ich nicht. Oh, was ist denn das? Irgendeine Blume, oder? So, und hier? Hier kann ich auch noch weiter. Nur, wohin? Ach, da ist wieder so ein... Ach, jetzt bin ich da... Wo ich eben nie hin wollte. So, da habe ich Schriftrollen. Was auch immer mir die bringen. Nur bitte möglichst nicht abstürzen. Boah, ich kann doch ganz da hoch. Aber von wo? Von hier aus doch nicht. Ah, es muss noch eine Etage oben drüber geben. Okay. Ah, das war blöd. Ich dachte, ich komme an diese... roten Pflanzen. Tja, hier war ich ja schon mal. Sehr schön. Was will ich denn dann da oben? Nein, nein, nein. Nein! Ah. Ach, nein. Ach, nein. Ist doch nicht euer Ernst. Ach, nein. Ach, nein. Ach, nein. Oh, nein. Weil ich auch überall meine neugierige Nase rein... Na, sicher. Na, ach, na sicher. Weil ich auch überall meine neugierige Nase reinstecken muss. Ach, Mensch. Äh, es ist auch ein guter Zeitpunkt, um mal ne Aufnahmepause zu machen, glaube ich. Gibt's doch gar nicht. Ja, das kennt ihr alles schon. Ähm. Also, ich wollte es euch nur nochmal zeigen. Och, ne. Okay, jetzt ohne irgendwelchen Kram einfach durch. Ah, hier geht's nicht weiter. Ich weiß schon gar nicht, wo ich bin. Ach so. Mensch. Wie ärgerlich. Nein. Nicht, nicht. Okay. Äh, ihr wisst, was jetzt passiert. Ich sag nämlich, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ähm, ich empfang euch dann Offscreen da, wo, äh, ich das letzte Mal, äh, gestorben bin. He, tschüss. Tschüss.